Das Onyx Books Note Air ist ein 10,3 Zoll E-Ink Tablet. Es hat fast alle Funktionen eines herkömmlichen Tablets, wie WLAN, Bluetooth, Splitscreen und automatische Drehung. E-Ink bedeutet elektronische Tinte, es ist also ein Display wie bei einem klassischen E-Book Reader. Das bedeutet, es ist schwarz-weiß mit Grauabstufungen und hat eine Hintergrundbeleuchtung. Durch diese Technik ist die Schrift sehr angenehm und in jedem Winkel lesbar. Das Tablet wird mit einer Schutzfolie, die ich hier schon aufgezogen habe, einem Stift und einem USB-C-Kabel geliefert. Dieses Kabel kann ich dann mit Computer verbinden und kann problemlos Daten austauschen. Der Stift liegt gut in der Hand, ist magnetisch und an einer Seite abgeflacht. Dadurch kann er gut an das Tablet angeheftet werden. Zum Beispiel hier oben oder hier auf der rechten Seite. Wenn ich den Stift hier oben hin mache und ihn dann runterziehe, geht das Tablet automatisch in Standby-Funktion und wenn ich wieder hochgehe, wacht das Tablet wieder auf. Das gleiche kann ich natürlich auch machen über den Ein- und Ausstaltknopf hier an der Seite. Dazu kaufen kann man eine passende Schutzhülle. Damit kann man das Tablet aufstellen. und sehr nützliche Funktion, wenn man jetzt es schließt, ist das Tablet automatisch im Standby und wenn man es wieder aufmacht, wacht das Tablet automatisch wieder auf. Zur Hülle wird ein Stifthalter mitgeliefert, den man eigentlich auf die Rückseite des Tablets aufkleben soll. Dadurch wäre das Tablet aber etwas dicker an der einen Seite und würde, wenn man es hinlegt, nicht mehr flach auflegen. Es ist also besser, diesen Stift anzuheften, zum Beispiel hier oder an der Seite. Das ist allerdings nicht so praktisch, weil er hier schnell verloren gehen kann. So fest sitzt der Stift hier nicht auf. Und auch wenn man ihn hier drauf macht, ist der zwar fester, aber kann trotzdem schnell verloren gehen. Das hätte man vielleicht besser lösen können, indem man hier oben in der Hülle nochmal einen Stifthalter mit integriert hätte oder vielleicht unten, weil das Tablet relativ breit ist, wäre das rechts oder links nicht so gut. Insgesamt machen aber alle Komponenten einen sehr robusten und sehr wertigen Eindruck. So sieht der Homescreen von BooksNodeR aus. Auf diese Seite komme ich auch über die sogenannte Statusleiste. Das ist, wenn ich hier oben tippe, habe ich hier oben vier Symbole. Einmal zurück. Hier komme ich auf den Homescreen. Das sind alle geöffneten Anwendungen. Und hier kann ich ein Refresh, also ein Wiederaufrischen der Seite machen. Darunter sind unheimlich viele Einstellungsmöglichkeiten für das Tablet. Das übliche natürlich, WLAN und Bluetooth. Ich kann auch das Rotieren an- und ausstellen. Ich kann die einzelnen Modi wechseln. Das bedeutet, ich kann die Geschwindigkeit steuern, mit der das Tablet wieder auffrischt. Dann kann ich den Kontrast einstellen, den geteilten Bildschirm, den sogenannten Splitscreen. Das wäre, wenn ich zwei Anwendungen nebeneinander laufen lassen will, auf einem Bildschirm. Den Navigationsbeil, über den ich gleich noch spreche, der ist hier unten, kann ich an dieser Stelle ein- und ausstellen. Außerdem natürlich die Farbe, beziehungsweise die Farbtemperatur und natürlich unten die Lautstärke. Die Farbtemperatur ist sehr komfortabel zu steuern. Hier kann ich die Orangetöne verändern. Ich kann also sagen, ich will hier mehr Orangetöne haben und hier unten kann ich die Blautöne einstellen. Zum Lesen ist allgemein eine leichte Hintergrundbeleuchtung völlig ausreichend. Bei Tageslicht braucht man überhaupt keine. Außerdem komme ich zum Homescreen, wenn ich den Navigationsbeil zweimal antippe. Der Navigationsbeil ist eine ganz komfortable Funktion und wenn ich ihn antippe, komme ich in ein umfangreiches Auswahlmenü. Hier kann ich zum Beispiel die Seite auffrischen, kann gucken, welche Anwendungen offen sind, kann das Tablet ausschalten, Standby versetzen. Hier unten kann ich ein Screenshot machen und schließlich natürlich hier kann ich die einzelnen Schaltflächen des Navigationsbeils verändern. Ich kann außerdem den Navigationsbeil rechts an den Rand drücken oder wie ich vorhin schon gesagt habe, ich kann ihn komplett ausstellen. Für drei Dinge eignet sich das Tablet ganz hervorragend. Erstens zum Lesen von Texten, hier mit dem Kindle Reader. Ich kann einzelne Wörter markieren, bekomme dann entsprechend die Wörterbucheinträge angezeigt, kann auch, wenn ich mit dem Internet verbunden bin, Definitionen aus Wikipedia abrufen, kann auch Übersetzungen anfordern. Natürlich kann ich einzelne Wörter auch markieren und kann diese Markierungen dann speichern. Zweite gute Anwendung ist das Kommentieren von PDFs. Zum Beispiel kann ich jetzt hier einen PDF aufrufen und kann hier oben über den Stift einen auswählen, also einen Kugelschreiber, einen normalen Stift, Bleistift oder einen Pinsel und kann dann hier unten direkt in den PDF reinschreiben. Die dritte Anwendung, wie man jetzt ja schon gesehen hat, ist das Verfertigen von Notizen oder von Zeichnungen. Das geht auf dem sogenannten Merkzettel. Es gibt fünf verschiedene Arten von Stiften, Stift, Pinsel, Kugelschreiber, Bleistift und Marker. Bleistift sieht man schon, ist so ein bisschen einem Bleistift nachempfunden. Ich kann aber auch geometrische Formen zeichnen. Zum Beispiel kann ich sagen, hier soll ein Dreieck gezeichnet werden. Ich kann dann dieses Dreieck aufziehen. Wenn ich möchte, kann ich dieses Dreieck anfangen mit dem Lasso und kann dann Größe und Ausrichtung verändern. Eine weitere Option ist das Erkennen der Schrift. Ich kann einmal eine Originalerkennung durchführen. Dann sieht das Ergebnis so aus. Ich kann eine sogenannte Reflow-Erkennung machen. Wird einfach nur der Text dann auf linierte Zeilen geschrieben. Hier unten kann ich jetzt, wenn ich will, noch weitere Wörter über die Tastatur eingeben. Eine interessante Option ist das Textfeld. Das muss ich allerdings erst aktivieren. Ich muss hier unten auf die Einstellungen gehen. wähle die Tastatur aus und gehe in diesem Menü auf Erweiterte Einstellungen. Hier sehe ich jetzt Eingabemethoden wechseln. Das aktiviere ich. Gehe dann wieder zurück und habe jetzt gleich unten bei der Tastatur über diese Kugel hier die Möglichkeit, das Layout zu verändern. und hier das Textfeld aufzurufen. Das bedeutet, alles, was ich jetzt hier unten schreibe, wird nach kurzer Zeit dann umgeformt in einen geschriebenen Text. Kennt auch kleine und große Buchstaben. Und natürlich kann ich wieder ändern, ob ich Pinsel, Bleistift oder etwas anderes haben will. Allgemein ist die Haptik der Oberfläche viel näher am Papier als bei einem üblichen Tablet. Beim Zeichnen und Schreiben ist die Oberfläche rauer und bietet so einen gewissen Widerstand, was so ein bisschen an Papier erinnert. Es gibt aber auch Grenzen, wenn ich also den Bleistift auswähle und sage, ich will diese Schriftstärke haben, reagiert er zwar auf meinen Druck, allerdings muss ich schon sehr stark abstufen, damit ich hier verschiedene Ergebnisse erreichen kann. Was mir jetzt persönlich fehlt, ist beim Bleistift die Einstellung der Härte. Ein weicher Bleistift macht auch relativ schnell schwarze Striche. Das kann ich jetzt hier über das Tablet nicht einstellen. Nicht so gut geeignet ist das Tablet vor allem für zwei Dinge. Einmal für das Hören von Musik. Und zwar liegt das daran, dass der Lautsprecher nicht besonders gut ist. Ich habe eine relativ schwache Auflösung und vor allen Dingen die Bässe werden nicht gut übertragen. Das zweite ist das Anschauen von Videos. Die Wiedergabe ist relativ ruckelig und wirkt etwas körnig und undifferenziert. Selbst wenn ich jetzt hier oben in einen anderen Modus schalte, und zwar den, das also schneller wieder aktualisiert wird, ist die Auflösung nicht besonders gut. Sie spielt jetzt übrigens Bass. Diesen Bass hört man über den Lautsprecher kaum. Es gibt wohl noch die Möglichkeit, einen Kopfhörer anzuschließen. Das habe ich bisher nicht ausprobiert. Don't rescue me I've got nowhere Better I wanna be I wanna be held But not beholden Stand in my ground With one eye open This fight Bis zum nächsten Mal.